Hey Leute was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal leute Und heute spielen wir mal nicht bros das sondern folge ist denn da ist heute die neue season erschienen Und wird sagen die zocken jetzt einfach mal gemeinsam an und übrigens leute ich bin jetzt gerade wenn das video online kommt von 20 uhr Vielleicht bis bis irgendwann spät nacht live auf twitch zusammen mit mikachi und stream der auf folge ist Checkt das auf jeden fall mal nach dem video ab wenn ihr da bock drauf habt twitch.tv Feuert euch könnt ihr auch gleich jetzt hingehen aber no boys wir sehen uns dann da auf jeden fall gleich im stream Und wie ich sagen reden wir gar nicht lang drumherum fangen wir direkt an mit vollgeist So das video ist auch ein bisschen ankert tatsächlich deswegen Machen wir jetzt so lassen wir hier in vollgeist los geht's Spiel starten so schauen wir mal ob wir heute ein victory holen können wäre echt nice wenn wir jetzt einfach mal so auf ganzen Spannten victory holen würden so for real hätte ich jetzt wirklich bock drauf Okay 56 von 60 das heißt noch vier leute Okay es kann auch nicht so lange dauern Leute zockt ihr auch folge ich schreibt es gerne mal in die kommentare oder welches game findet ihr nicer folge ist am morgens oder brawl stars Welches von nächsten gaps fallet ihr momentan am meisten und welches zockt ihr am längsten schreibt das gerne mal unten in die kommentare wird mich auf jeden fall mal interessieren Okay das dauert echt ziemlich lang leute Aber die musik ist auch nice neu die hat hat sich echt viel verändert in dem game muss man echt sagen Und das ist die alte musik die ist nice gut los geht's mit ritter parkour Was ist denn das wie sieht denn das aus oh mein gott Einfach der ritter parkour Lol einfach neuer game mode Okay komm den kann ich gewinnen leute ich glaube an mich ihr müsst auch an mich glauben Ihr müsst das mal alle ein like da lassen wir können nur gewinnen wenn wirklich jeder von euch ein like da ist Wenn einer nicht liked leute Keine chance mehr zu gewinnen Okay Das sieht echt cool aus tatsächlich mal schauen ob ich das gewinnen kann Wenn ich das jetzt sofort versage Also wenn ich da jetzt sofort versage wäre echt scheiße Okay los geht's Lol das sind einfach eggs die sich drehen Okay dann müssen wir jetzt sogar ein bisschen aufpassen Dass wir hier nicht direkt von der Axt erfasst werden Sonst sind wir hier auch hier instant raus Okay Lol was ist denn das Oh je Oh Gott ich bin so schlecht Alter Das ist mega nice der Modus Das ist nur wahrscheinlich gar nicht so einfach Okay komm Okay ich Ach nein RIP Es ist echt schwer Das unterschätzt man Meine Freundin das unterschätzt man Gut jetzt ja Na toll Du kappst So Jetzt müssen wir hier noch durchkommen Und dann entspannt meine Freunde Einmal unten durchklitschen Jetzt brauchen wir hier noch die große Rolle So geh einmal durch Dann Jetzt da Sollte ich es schaffen bitte Huh hab's geschafft Okay Jetzt dann hier noch einmal durch Nein Ach komm RIP Was war denn das Nein Nein Geht jetzt schaff ich es Leute Komm Oh Gott Oh Gott nein 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 Das ist echt gar nicht so einfach Oh je Es wird schwer Vielleicht auch nein Ach nee Okay komm Aber wir schaffen es Wir schaffen es Aber wir sind einer der letzten Das war ganz schön close Aber wir haben es geschafft Der Mega ist ja Der Modus ist ja mal mega interessant Uff Ach und da unten stehen jetzt auch Verschiedene Sachen Das sind alles Neulinge Es gibt jetzt Es gibt jetzt quasi Ringe in Folge Das ist strong Okay der Modus hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht Muss man auf jeden Fall sagen Die 42 sind noch drin 42 von 60 Das heißt 18 sind rausgeflogen Ist gar nicht so viel Das war ziemlich knapp Bitte ein alter Modus Sonst fahre ich hier echt noch raus Wenn jetzt wieder so ein schwerer neuer Modus kommt Okay Es kommt Loil was war das für zwei Modi Die sahen ja auch mega nice aus Also das leid lange Rip 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 Okay was haben wir Und wir bekommen Perfektes Paar Wurde da was Vielleicht wurde da was auch Auch was gefixt Ich weiß nicht Ne es sieht immer noch so aus wie früher Ja Aber doch ein bisschen was in den Grafiken Haben sie gemacht oder Ja Okay ja Leute Jetzt haben wir hier Apfel Banane Hä das ist kleiner geworden oder Apfel Banane Apfel Banane Apfel Banane So Give me that apple Und es ist die Banane Es war auch wieder so klar Dass da eine Banane kommt Aber entspannt Mal Wir haben es Okay Kirsche Kirsche Melone Orange Traube Traube Kirsche Graube Kirsche Melone Orange Traube Kirsche Ne Orange Melone Hat uns der MC bei dem Ball gestanden Nur dann haben wir es jetzt hier so einfach geschafft Okay nice Eine Runde noch Sollen wir uns merken Leute das sollen wir sollen wir auf gut Glück machen kommen wir mal auf gut Glück Scheiß auf Bruni machen wir die Henne Ach ne die Henne war oben Beste Die gute alle Hände meine Freunde So Wo müssen wir hin Ich hab überhaupt nicht aufgepasst Orange Ich sag mal hier Ich bin einfach der beste Vollgeist Spieler Dieses Planet Ein bisschen qualifiziert Ein bisschen qualifiziert Medaille Nehmt natürlich immer gerne mit Okay Was haben wir jetzt als nächstes Okay Es war wieder ein paar raus Für hatten wir gerade 38 Das heißt Das heißt Das heißt Rausgeflogen Okay 13 rausgeflogen Trotzdem nicht so viele Wohl Nein es sind 18 Es sind sieben Leute rausgeflogen oder Kein Plan Rollfeld Nice Das kenne ich noch Das gab es schon immer tatsächlich Okay komm Das spielen wir jetzt mal easy durch Und dann Pizipiz Ihr wisst Leute Ja Geht in die Richtung los 14 müssen ausscheiden Okay Das ist gar nicht mal so wenig Patz Okay Dann würde ich sagen Gehen wir mal da rüber Und rüber So Okay es sind schon 6 rausgeflogen Was für ein Noobs alter 4 müssen noch rausfallen Das sind echt so schlecht Alter wie kann man denn hier jetzt schon rausgeflogen sein Uh Fast oben drüber gesprungen 7 noch Alles Noobs meine Freunde Alles Noobs hier Das falle ich dann bestimmt gleich raus wegen Karma Weil ich sie alles Noobs beleidige Zack Auf die Wand Was 5 noch Okay 4 noch Das schaffen wir Leute Ich glaube das schaffen wir ohne Problem Und rüber geht's So gehen wir da rüber Da ist eine lange Was haltet ihr eigentlich von meinem Skin Leute Schreibt es mal in den Chat Wie ihr mein Skin findet Und schreibt doch auch gerne mal rein Was ihr von den Skin spielt Was spielt ihr von den Skin Wir haben es geschafft Nice Das heißt Wie viele sind jetzt rausgeflogen 14 Stück Boah ich hab nicht aufgepasst Wie viele sind noch drin Nicht mehr so viele 21 Jetzt kommt wahrscheinlich ein 3er Team Spielen entweder Ringe Horte Oder Eierranglerei So heißt das Und dann sollten 14 überleben Und dann könnte das Finale tatsächlich schon kommen Eierburg Wacht Was Es ist wirklich so ein richtiges Burgabdeck geworden Es gab Es gibt voll viele neue Burgmodi Das ist ja echt cool Okay Dann schauen wir uns das mal an Goldene Eier Bringen natürlich mehr Punkte Aber ich Wo muss ich meine Ich muss sie einfach runterschmeißen oder Ich weiß nicht wie das funktioniert So ich nehme ein Ei Und dann einfach da runterschmeißen Da ist Ne wo muss das hin Ach das muss dahinter oder Oh lau Es muss einfach dahinter Ich hab das gern verstanden Da ist ein Ei Das meins Man muss das da hinten runterschmeißen Oh Gott Na toll Aber der Antrieb gelbe hat's Und kann man da auch welche rausholen Das ist natürlich jetzt die Frage Ob man da runter kann Ah ja kann man Außer man ist natürlich Feuer durch Dann kann man das nicht Okay nice Dann müssen wir mal schauen Dass wir welche klauen Weil wir sind das schlechteste Team Am besten von den Roten Mal schauen dass wir da ein paar holen So Und Rinder in den Laden Meine Freunde Da haben wir ein Ei Nimm du das hin Nimm du das Nimm ich das hier Und dann gehst du hier hoch Oh Hä der Modus ist ja mal mega nice Der ist so viel nicer als Angler Als Eierranglerei Und das ist ja am Endeffekt das gleiche So schmeiß mir jetzt hier einfach Oh Ich bin's Ich bin so schlecht dabei Oh ja was So aber wir fallen trotzdem raus Leider Rip Rip Meine Freunde Nein ich möchte es nicht rausfallen So Raus Und das würde ich sagen Mann wir haben null Das heißt bei uns Deft keiner Das ist zu blöd Komm Kann man da durch Wieder durch Oh ist schwer Ah ich bin noch da geflogen Wir brauchen mehr Eggs Wir haben null Eier Das ist echt scheiße Ähm Toll Wir haben null Eggs Dann würde ich sagen Gehe ich mal die Defense Auch wenn wir kein einziges Ei haben Um zu verteidigen Bleibe ich jetzt trotzdem Manche hier und verteidige mal Falls vielleicht einer unserer Teammates Eins bringt Ne unsere Teammates haben keinen Bock Nice Teammates an der Stelle Nice Hat mir wieder richtig Bock gemacht Auf jeden Fall Ja Okay Leute Man muss aber sagen Leute Das Update Ist wirklich mega mega nice geworden Und es macht auch mega mega Bock Das Game ist so zu zocken Mit den neuen Game Modi Also ja Da würde ich aber sagen Leute Das soll es auch schon für heute gewesen sein Wenn ihr mehr Bock auf Vollgeist habt Dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da Dann Mach ich vielleicht auch mal wieder ein neues Vollgeist Video Schaut auch gerne auf Twitch vorbei Da bin ich gerade live mit Mikatschuh Also heute am 8.10. Wahrscheinlich bis 2 Uhr nachts oder so Checkt das auf jeden Fall mal ab Live Vollgeist mit Mikatschuh Twitch.tv Feuert euch Schaut doch vorbei Ich würde mich sagen Ich wünsche euch einen schönen Tag Spielt nicht so viel Vollgeist Haut rein Und Tschüss Jetzt muss ich es nur beenden Und Bis zum nächsten Mal ab